Bundesverband noch das eine oder andere Spiel. Pfeifen. Und jetzt. Wurde er zum zweitbesten Spieler der Bundesliga. Ein Auftakt in diese Partie. Keto Nakamura. Zuletzt ja auch irgendwie. Also die Führung der Zertamm für die Sicherung. Das ist der Fall. Fischer kommt über die halbrechte Position gewesen. Mustafa ist jetzt nicht unbedingt ganz alleine. Also es gibt Korrekturbedarf. Auszugleichen für die Feindchen. Geht aber schon wieder auf der Hand. Das ist dieses 1 zu 1. Jetzt mal der Lask über die linke Seite über Keto Nakamura. Ein paar Meter Platz für den Japaner. Und da ist das 1 zu 0. Erster Schuss in diesem Spiel. Und der erste Treffer. Keito Nakamura. Michael dann eher der Robuste. Erster Schuss in diesem Spiel. Und der erste Treffer. Die Kirche ist in der Mitte, die die Kirche ist in der Mitte. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.